So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsesderDicke und wir haben eine kleine, besondere, spezielle MaxoutMonday-Folge vor. Ich weiß überhaupt gar nicht, was das überhaupt werden soll. Ich habe eigentlich MaxoutMonday immer am Montag gemacht mit meinem Main-Account. Ihr habt immer Vorschläge abgegeben, welche Pokémon ich mal maxen soll. Ich habe mir selber einen Titel-Pokémon rausgesucht und fünf Vorschläge aus der Community habe ich dann versucht zu maxen. Wenn ich das Pokémon als 100er hatte und genügend XL, damit ich es auf Level 50 ziehen kann. Das war eigentlich ganz spaßig, weil man ja mal gucken musste, der schlägt das vor, der schlägt das vor, der schlägt das vor. Das ist schon gemaxed, das geht nicht maxen. Wer passt, welchen kann man treffen, wo sitzt das richtig, ja. Jetzt habe ich ja meinen Main-Account nicht, aber müsste ihn theoretisch bis nächste Woche Montag wieder haben. Und dann muss ich einiges nachholen und das ist heute die einmalige Gelegenheit, mal eine MaxoutMonday-Folge mit Spületrend zu machen. Das ist ja der Account, den ich jetzt die 30 Tage gespielt habe oder spielen wollte, während mein Main-Account nicht da war. Der ist jetzt innerhalb, hier sehen wir nochmal, 8.7. ist das Startdatum. Heute ist der 1.8., der ist jetzt innerhalb dieser, in diesem einen Monat jetzt auf 44 gekommen und ich glaube, hier ist auch Schluss. Wenn ich mir die Aufgaben angucke, verdiene 10 Pladin-Medaillen, besiege 50 Mal Rocket Boss, erlöse 100 Krypto-Pokémon, besiege 100 Team-Go Rocket Rüpel. Rüpel, okay, Bosse. Also, ja, aber an den Pladin-Medaillen und an den 100 erlösten Krypto wird es wohl scheitern, denn ich will eigentlich nicht sinnlos Staub ausgeben für eine dumme Aufgabe. Wenn ich was erlöse, dann sind das welche für 1000 Staub? Also, ich würde den Staub also lieber bei Maxout Monday nutzen und heute ein bisschen was pushen, damit der Account überhaupt mal ein bisschen was Gutes kriegt. Was pusht man natürlich? Am besten 4 Sterne. Und wir werden das eben richtig speziell heute machen. Ich gehe mal auf 4 Sterne, sodass ihr alle 100%igen Pokémon seht, die dieser Account dann also jetzt hat. Und was ist davon cool? Was kann man davon jetzt nehmen? Was kann man ein bisschen pushen? Wir haben jetzt hier schon ein 100er Bisa Floor. Da können wir... Hey, wir können ein Power-Up geben. Ein 100er Bisa Floor, was man natürlich irgendwann mal zu einer Mega-Einwicklung machen kann, damit das ein Mega-Bisa Floor ist. Ist doch also eine coole Sache. Glumanda mit Partyhood haben wir hier drin. Wir haben hier ein Glurak. Das ist, glaube ich, schon... Das ist auf Level 50. Das passt. Müsste auch irgendwann mal eine Mega-Entwicklung dann durchführen. Geht aber gerade nicht. Wir haben hier... Guck mal, wir haben 6,4 Millionen Staub. Wir haben Tour-Talk. Das ist auch ein 100er. Das pushen wir auch ein bisschen, damit wir irgendwann mal ein Mega-Tour-Talk machen können. Die Starter sind immer gern gesehen. Also, kleines Max-Out. Obwohl nichts davon bis jetzt gemaxed wurde. B-Bor mit Mega-Entwicklung. Ja, Mai, wieso nicht? Das pushen wir auch einfach gleich noch ein bisschen. Haut richtig den Staub raus. Was wollen wir denn auch sonst machen, damit der Gewinner auch nichts hat und sich nichts tauschen kann, weil er dann einfach keinen Staub mehr hat. Radfratz-Radikal braucht man nicht. Abra... Machomai? Machomai ist eigentlich cool. Machomai sollte man immer mitnehmen. Machomai-Armee ist auf jeden Fall genial. Konter-Wuchtschlag ist hier drauf. Geowatz fand ich auf jeden Fall cool. Einfach mal so als Boden- oder Gesteinsangreifer. Der ist jetzt nicht so teuer, oder? Ist der teuer? Ist der teuer? Er geht bis... 193? Ey, den zieh ich jetzt hoch. Ist doch mein, was ich... Der ist auf Max. Der ist Max. Max-Out-Mann, der hat wieder einen Sinn. Wir haben einen 100% Geowatz gemaxed. Mit Steinwurf und Steinkante grad. Magnidilo! Haben wir einen Magnidzone schon? Ich weiß es nicht. Krabbi, Krabbi, Drago... Rihonior, Rihonior. Ah, das sind wieder diese... Das ist wieder das Problem. Vier Sterne und... So, Magnidilo ist nur hier. Magnidzone haben wir noch nicht. Können wir Magnidzone entwickeln? Ist auf jeden Fall auch ein richtig guter Elektroangreifer. Falls wir das entwickeln können. Und gleich ein bisschen pushen können, wäre das auch... Eine Verstärkung auf jeden Fall erstmal für den Account. Brauchen wir aber einen Sinustein. Ach, Quatsch. Wir brauchen ein... Wir brauchen ein Magnetmodul. Kannst du das hier machen? Kannst du nicht, oder? Brauchst ein Magnetmodul. Musst ein Magnetmodul entwickeln. Hat. Wir müssen 200 Bonbons aufheben. Wir müssen 200 Bonbons aufheben. Oh, das ist kompliziert. Das kannst du jetzt gar nicht machen. Mann. Was ist denn mit Rihonior? Komm, wir gucken mal auf Rihonior. Wir haben noch kein Rihonior, oder was? Wir entwickeln einfach mal Rihon. Wir entwickeln Rihon. Das ist alles so ungewohnt jetzt. Auf Biegen und Brechen einfach anmachen, aufnehmen und gucken, was du machen kannst. Rihon, Rizeros, Rihonior. Wir haben eins. Wir ziehen das mal durch. Da brauchst du jetzt aber einen Sinustein. Und hier können wir das auch gleich entwickeln. Okay, das sieht gut aus. Entwickel dich nochmal. Theoretisch gibt es wahrscheinlich viele Pokémon, die da drauf sind, die man noch entwickeln könnte, um den Pokédex Eintrag zu holen. Weiß ich nicht, ob man das jetzt mitmacht. Ob das die riesen Special Spületrend Waxout Mundy XL Push Entwicklungsform, oder was auch immer. So, den können wir hochziehen auf... Huiuiui, guck dir das an. Der geht bis aufs Maximum. 4.221 Rihonior, Lehmschäle, Surfer. Äh, ja, nee, da braucht man was anderes. Gebt ihm wenigstens... Wir lassen Liebenschäle, steigen kann da drauf. Das ist wenigstens same type of tech. Reicht also. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Lavados hatten wir hier. Können wir Lavados noch ein bisschen was pushen? Das ist ein 100% Lavados. Hä? Lavados? Ja, 100%. 100% noch was? Mhm, wir kommen bis hierhin. Haben wir den jetzt auf 3.366. Den haben wir in der Raid Mania am Mittwoch bekommen. Elektek. Jetzt muss ich hier wieder gucken. Elektek, das ist zwar erlöst. Du benötigst mir Elektek Bonbons. Nein! Vor allem brauche ich 90 Stück. Verstehe ich nicht. Habe ich noch hier... 97. Gibt man das für Elektek aus? Ah, wir heben es uns mal auf. Das geht auch nicht. Wir haben keine Elektek Bonbons. Hm, Emburgador würde ich jetzt auch nicht. Wer ist denn groß? Wer ist denn krass? Kramurx ist auch eigentlich ein cooles Pokémon. Das ist das Höchste. Das könnten wir hier auch. Ein Grammchef machen. Als Flugangreifer. Als Unlichtangreifer. Kann man den auch mal nehmen. Solange wir noch Sinusteine haben, dürfte das funktionieren. Wundert euch übrigens nicht über das komische Lavitar, was da ist. Julchen hat die letzte... Also die Raid Manias für sich entschieden im Monat Juli. Und hat deswegen für August jetzt das Maskottchen bestimmt. Das ist das Maskottchen. Es hat leider keinen durchsichtigen Hintergrund und ist kein PNG. Es ist leider jetzt gerade so, wie es hier ist. Und deswegen hat es jetzt einen weißen Hintergrund und sieht besonders aus. Es sieht auf jeden Fall besonders aus. So, das pushen wir auch mal hier auf 2,7. Nehmen wir mal mit. Haben wir überhaupt noch Staub? 5,3. Das sieht noch gut aus. Jetzt habe ich nicht nach den Attacken geschaut. So, 4. Ist immer so kompliziert hier. Ich spiele so selten mit dem iPhone. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Was haben wir hier? Da ist noch ein Fun. Fun Pidon Fun. Hier ist ein bisschen was mit Logok drin. Hariyama. Hariyama ist eigentlich auch ein guter Angreifer vom Typ Kamm. Also, ich mache es einfach. Ich pushe hier auch was rein. Der hat ja nur ein Machomai. Er hat jetzt noch einen Hariyama dazu. Der teilt trotzdem was aus. Konter Wuchtschlag. Stolunia brauchen wir nicht. Staraptor, Petitza, Bronzelding, Sammamamama, Fonifras, Brigaron. Hier sind die Starter. Aber die haben auch noch keine Bonbons genügend, dass sie da was machen können. Wir sind schon unten. Wir sind schon unten. Wir sind schon unten. Sollte ich jetzt einfach noch ein paar Pokémon entwickeln? Auch mal ein paar Shinies oder sonst was. Hier sind auf jeden Fall interessante Dinge drauf. Ihr habt ja auch ein Bisasam mit. Guckt euch das an. Das wird ein Hunderter werden, wenn man es erlöst. Aber darum geht es nicht. Wir haben unser Hunderter hier. Glumanda haben wir ja ein Glurak als Hunderter. So, da haben wir das. Da haben wir das. Radfratz. Gut, habe ich ja auch theoretisch mal durchentwickelt. Ihr könntet jetzt auch Shinies entwickeln hier für die Pokédex-Einträge. Aber das überlasse ich dann euch. Haben wir. Wir haben zweimal Pikachu. Ich glaube, ich werde einmal einen Pikachu entwickeln für den Pokédex-Eintrag von Raichu, weil der noch kein Raichu hat. Dass der noch mit reingeht. Dann werde ich mich mal kurz noch ein bisschen durch den Beutel fuchsen. Schauen, was der sonst noch so hat. Mit Mechsten war es das wahrscheinlich. Ich möchte ungern jetzt irgendwelche Krypto-Pokémon pushen. Wer weiß, ob man nicht nochmal ein besseres bekommt. Shinies möchte ich auch nicht pushen. Wenn dann nur Hunderter. Aber bei den Hundertern, naja, erstmal abwarten. So, hier haben wir auch alles dabei. Hier haben wir das und das. Und mehr haben wir nicht. Hier haben wir davon drei. Wir könnten das hier einmal durchentwickeln für die Familie. Dass wir da wenigstens Nido-King drauf haben, auch als Shiny. Ist ja alles, was dem Pokédex dann zugutekommt. Geht ja eben auch um die Medaillen. Damit ihr auch mal eine Platin-Medaille habt. Und noch eine und noch eine. Wir brauchen genau noch zwei Platin-Medaillen. Auch für den Levelaufstieg irgendwann. Also hängt euch rein. Entwickelt mal auch ein bisschen was. Nehmt euch die Pokédex-Einträge mit. Sodass wir dann auch... Ja, Kando-Platin. Eigentlich müsste ich mal reingucken direkt in den Pokédex, was so fehlt an sich. Wenn ich jetzt hier mich zwischendurch... Wahrscheinlich Nido-Queen fehlt. Aber ich möchte jetzt ungern eins von den Shinies nehmen und durchentwickeln. Wenn ich drei hätte, ist das was anderes. Dann passt das ja. Wullpix hier. Haben wir zwei Shinies. Machen wir halt auch Pokédex-Eintrag über Shiny. Holen wir uns halt das auch noch ab. Entwickeln das noch ein bisschen. Akku ist auch gleich leer. Da musst du aufpassen. Es dürfte auf jeden Fall eigentlich ein schönes Gameplay sein. Wenn du mit dem iPhone hier das überträgst. Weil das ist ja super flüssig. Wenn ihr euch andere alte Max for Monday-Folgen mal anguckt, wo ich das immer mit meinem Huawei hatte. Das hat ja so geruckelt. Du hast ja gar nichts mehr erkannt. Gar nichts mehr gesehen. Können wir den durchentwickeln. Zubat, Golbat, X-Bud. Alles als Shiny. Das X-Bud sieht halt richtig mies aus. Ich finde Zubat als Shiny richtig cool. Ist grün. Macht Spaß. Alles super. Golbat als Shiny. Ist grün. Cool. Alles super. Ist viel größer. Viel größer und wuchtiger. Sieht deswegen noch besser aus. Aber ich glaube, wir haben den Pokédex-Eintrag von X-Bud auch noch gar nicht. Also nehmen wir den einfach auch mal mit. So. X-Bud. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. X-Bud. Vielleicht sollte ich mich ja auch auf die Pokémon der ersten Generation hier konzentrieren. Sonst wird das Video einfach insgesamt viel zu lang. Da können wir hier was machen. Können wir hier was machen. Haben wir da schon was gemacht? Ich glaube, die dritte Form fehlt auch. Mirapla, Duflor, Giflor. Das wäre was fürs Wochenende an einem Tag, wo man eh nicht da ist. Dass man einfach noch ein großes Video macht dazu. Wie man die verschiedenen Pokédex-Einträge sich holt. Guckt, welche Pokédex-Einträge überhaupt noch fehlen. Welche man noch dazu machen kann. Hier ist sogar schon entwickelt beides. Habe ich das verschickt oder was? Ist gar nichts da. Wird nichts angezeigt. Der ist cool. Der hilft euch immer in PvP. Abra haben wir hier gehabt. Abra, Kadabra, Simsala. Das entwickeln wir auch nochmal durch. Das ist ja eigentlich auch ein cooles Pokémon. Damals hatte man nichts anderes. Damals musste man das als Psycho-Pokémon nehmen. Ich glaube, man hat das sogar damals für Mewtwo-Raids genommen. Und hat damit angegriffen. Weil das, glaube ich, auch Spukball kann. Man hat damals das genommen, immer wenn man Machu-Mai-Raids solo machen wollte. Hat dann angefangen, angegriffen damit. Also wir entwickeln den auch. Kann ja, ist ja eine Tausch-Entwicklung. Normalerweise, wenn ihr das getauscht bekommt und dann entwickelt, ist das dann kostenlos von Stufe 2 auf 3. Aber das ist ein Erlöstes. Das könnte man wegtauschen. Aber ist ja Quatsch. Dann ist es ja nicht mehr 100. Also es könnte als 100er beim anderen ankommen. Aber da gehe ich mal nicht von aus. Schön, dass selbst dieser Geruch, dieser weiße Geruch, der es umgibt, hier diesen besonderen Glanz hat. Können wir hier jetzt noch was pushen? Wollen wir dich pushen? Digga, komm, wir pushen dich noch ein bisschen auf 3.096. Weil ich dich einfach mag. Du bist Generation 1. Man muss dich mögen. So, hier. Das haben wir. Knopfenser. Da haben wir auch nur zwei. Kleinstein haben wir. Aber wir haben ja den Geowatz-Eintrag. Ponita. Galoppa haben wir. Fleckmon. Das haben wir nicht. Wir haben keine Bonbons. Starlos. So, hier haben wir durchentwickelt. Da können wir nochmal. Dodu. Dodris. Aber auch da. Slimer. Slimer ist hier. Onyx. Na gut, da haben wir auch schon die Entwicklung. Onyx ist immer geboostet. Also wundert euch nicht. Ist immer was los. Hier haben wir auch schon die Entwicklung. Normalerweise. Aber nicht mehr da. Die Scheinness lasse ich aber drauf für euch. Hier haben wir Entwicklung dabei. Tragosso. Knogammer Entwicklung. Smogon. Smogmog. Ja, komm. Es sind zwei Stück drauf. Wer den Account weiterspielt, der hat dann die Familie schon voll. Wer den Account sich sowieso nur ausschlachten will dann irgendwann. Der hat halt Pech. Der muss sich halt das eine tauschen. Für 40.000 bei Beste Freunde. Und das andere nochmal für 40.000 hinterher. Da bin ich kummel wie Sau. So, das haben wir durch. Hier. Hammer. Nix. Haben auch keine Bonbons. Tangela. Hm. Hammer. Kein Sinustein mehr. Wenn die Sinusteine verbraucht. Wir können Sterndu entwickeln für den Pokédex-Eintrag. Zu Starmy. Wie gesagt, wir machen nur Generation 1. Bisschen Push-Entwicklungsvideo. Viel mit Pushen war da nicht. Aber das ist ja gut. Sobald ihr ein Pokémon habt, fangt, kriegt oder was ihr cool findet, könnt ihr das mit dem restlichen Staub selber noch hochziehen. Wäre doof, wenn der bei euch ankommt und einfach gar nichts mehr drauf ist. Magmar. Aber wir haben keinen Sinustein. Garados. Garados. Warum bist du so schlecht? Evoli. Ja gut. Da muss man für die Aufgabe eh alle machen. Da sind noch so ein paar Brecher drauf. Hier haben wir es so. Haben wir hier. Haben wir da. Wir haben noch nie einen Porygon-Z entwickelt. Einen Porygon-2. Einen Porygon-Arsch. Wir machen aber hier einen Porygon. Wir haben hier einen Shiny. Das Shiny bleibt normal. Das erste mit einem Upgrade entwickeln wir. Das kommt dann in Porygon. Porygon-2. Und dann Porygon-Z. Ist ewig her. Ich mache mit Porygon auch nichts. Ja. Gibt ja viele, die kämpfen damit auch. Mit, gerade mit der Attacke-Triblette oder so. In der GBL. Wir nicht. Tja. Musste für den Level-Aufstieg aber auch GBL zocken. So Zapdos sind ja ein paar drauf. Genau. Auch Shiny hier. Shiny dabei. Alles Mew in die wir. Dann sind wir eigentlich hier mit Generation 1 durch. Wir sind bald so weit, dass wir wieder 12, 12 Kilometer Eier brüten können. Eine Fuhre habe ich schon aufgenommen. Eine zweite muss ich noch aufnehmen. Mal gucken, ob ich es schaffe, eine dritte aufzunehmen. Sonst muss ich es mit zwei raushauen. Und das ein kleines bisschen. Max out Monday in einer anderen Version. Kleines Push-Entwicklungsvideo. Registriere 70 Pokémon der Joto-Region. Okay, haben wir jetzt auch hier dabei. Kommt da noch was? Nein, da kommt nichts mehr. 22.000 Erfahrungspunkte noch mitgenommen. Und Beth Saske und Bubmann-Craig und Lennart und B-B-Nini und Grüße gehen raus an alle, die da oben stehen. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Nächste Woche hoffentlich dann wieder ganz normale Max out Monday folgen. Da muss ich mich auf das Video von vor vier Wochen berufen, wo ihr Vorschläge gemacht habt, dass ich eure Vorschläge natürlich annehme. Und deswegen, ihr braucht auch hier keine Vorschläge drunter zu schreiben, weil diesen Account werdet ihr wahrscheinlich nie wieder sehen. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out 4haut. Euer Ramses. Ciao.